Musik Mein Name ist Charles Kreische und ich spiele den Sam in Ghost, Nachricht von Sam. Ich bin ein riesen Fan von Ghost, ich finde die Story ist wahnsinnig intensiv, es ist eine großartige Musik. Ich freue mich echt schon wahnsinnig, mit einer tollen Cast diese Show auf die Bühne zu bringen. Ich bin Kathrin Merkel und ich spiele die Rolle der Molly. Ich habe Ghost tatsächlich sehr oft gesehen und irgendwie habe ich so eine emotionale Verbindung mit dem Stück. Ich liebe auch die Musik, das Emotionale, das Romantische, dann diesen Krimi-Teil, das Komödiantische und ja, ich finde es ist einfach ein total unterhaltsamer und emotionaler Abendzugleich. Ich freue mich besonders darauf, mal so einen richtigen Menschen auf der Bühne spielen zu dürfen, also mit so ganz natürlichen Emotionen, mit der ganzen Bandbreite an Gefühlen, die es gibt. Ich freue mich wahnsinnig, jetzt nach so langer Zeit endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, endlich wieder auf Tour zu sein, mit so einem tollen Stück, da es eine Inszenierung wird, die es so noch nicht gab. Wir haben ein tolles Creative Team und tolle Standorte und sind mit Sicherheit auch in einer Stadt in deiner Nähe.